Ausrücken mit Blaulicht. Das bedeutet, es ist ernst. Blaulichteinsätze gibt's beim M-Sicherheitsservice, wenn eine große Wasserleitung bricht und Wasser ausströmt, wenn eine Gasleitung angegraben wurde oder wenn ein Verteilerkasten demoliert wurde und Passanten mit Strom in Berührung kommen können. Also dann, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Zum Glück ist dieser Ernstfall die Ausnahme. Wir betreuen das komplette Stromnetz in München von der Niederspannungs-Verteilungsleitung in der Straße. Bis hin zur Kundenanlage. Unser Hauptaufgabengebiet ist aber die Kundenanlage. Bei uns rufen die Leute an, wenn sie teilweise oder komplett keinen Strom mehr haben, sei es im ganzen Haus oder nur in der Wohnung. Wir beraten die Leute telefonisch. Heißt, unter Umständen können wir den Leuten telefonisch helfen, dass sie die richtige Sicherung finden. Oder, wenn es nicht anders geht, fahren wir die Kunden auch an. In der Regel sind es kleinere Einsätze, bei denen die Experten Hilfe leisten. So wie hier ein umgefahrener Stromverteilerkasten an der Lerchenauer Straße. Michael Stahl sichert das Teil. Im Anschluss kommt ein Trupp, um den Kasten wieder richtig aufzustellen. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, sind die Fachleute einsatzbereit. Um für die gängigsten Notfälle gerüstet zu sein, haben die Teams alles dabei. Hier haben wir unser Werkzeug, was wir hauptsächlich benutzen. Das ist in erster Linie unser Messgerät, um Spannungen zu messen und Spannungsfreiheit festzustellen. Der M-Sicherheitsservice ist eine besondere Dienstleistung für Strom- und Erdgaskunden der SWM. Sicherheit hat bei den Stadtwerken München höchste Priorität. Und an dieser Sicherheit arbeiten wir Tag für Tag. München hat im weltweiten Vergleich als Großstadt die höchste Lebensqualität. Und an dieser Lebensqualität, da tragen unsere Gas-, Wasser-, Strom-, Fernwärmenetze maßgeblich dazu bei. Außerdem braucht man, um solche Netze zu betreiben, eine sehr hohe Dienstleistungsqualität. Und diese Dienstleistungsqualität, die bieten wir durch unseren M-Sicherheitsservice. Im Falle einer Störung an einem Energienetz oder an einem Wassernetz, erhält unser Kunde innerhalb von zwei Stunden rasche und kompetente Hilfe. Dieser M-Sicherheitsservice ist für Kunden der SWM kostenlos. Pro Störung, pro Energieart und Jahr erhält der Kunde auf die Rechnung einen Bonus von 100 Euro. Der Alltag beim M-Sicherheitsservice ist abwechslungsreich. Vom brenzligen Notfall bis hin zur rausgesprungenen Sicherung ist alles dabei. Eins ist aber allen Einsätzen gemein, glückliche Kunden. Es ist ein schönes Gefühl, vielen Leuten geholfen zu haben. Alle Leute sind wieder mit Strom versorgt. Bei allen ist das Licht wieder an. Und man freut sich darauf, am nächsten Tag wieder mindestens genauso vielen Kunden zu helfen. Auch in der SWM-Zentrale sind Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Sie überwachen die Netze für Strom, Erdgas, Trinkwasser, Fernkälte, Fernwärme und nicht zuletzt auch für den Fahrstrom von Tram und U-Bahn. Insgesamt weit über 19.000 Kilometer Kabel und Rohre. Von hier aus rücken im Notfall auch die Einsatzteams aus. 12.000 bis 14.000 Mal pro Jahr. Damit München jederzeit sicher versorgt ist. 12.000 Mal pro Jahr.